Servus, Moin, Hallo und zurück hier im FIFA 15 Karrieremodus mit dem VfB Stuttgart in der ersten Saison hier im Part Nr. 30 und damit herzlich willkommen an diesem Donnerstag denn wir haben heute Donnerstag den 23. Oktober und ich darf euch damit hier willkommen heißen zurück zum dritten Teil der Winterpause. Im letzten Part habt ihr gesehen wie wir auf jeden Fall unsere ersten Neuzugänge begrüßen durften, nämlich Morata, Yuri Tillemont, zum einen Theo, dann haben wir Embolo sowie Lassaro und wir haben euren Mann, der von euch kritisiert wurde, verkauft nämlich einen guten Widerz Idisevic im Tausch für Yuri Tillemont und jetzt bin ich noch am überlegen was wir machen. Ich bin mir gerade am überlegen vielleicht den guten. Ich muss mal kurz gucken und zwar den guten Leitner, den wir hier nicht haben, den müssten wir drüben haben, dass ich den wieder zurückschicke nach Dortmund, weil was bringt es mir ehrlich gesagt, wenn ich ihn eh nicht so oft einsetze und seine Leistungen nicht so optimal sind. Ich denke mal für 540.000 können wir das ruhig abbrechen, dann geht er wieder zurück. Hier wären es 360.000 für Romeo zurück zu Chelsea, aber ich denke mal das lassen wir jetzt erstmal. So, Spielerleihe abgelaufen, das hatten wir ja so anvisiert. Ich denke mal mit der Entscheidung kann man auch ganz gut leben. So, dann gucken wir mal weiter. Haben wir noch knapp zwei Wochen, wir haben gesehen, die restlichen Hinrundenspiele wurden jetzt gemacht und da sehen wir, dass wir jetzt auf den Tabellen Positionsplatz 5 zurückgepeint sind. Nach 17 Spieltagen 29 Zähler, aber das ist soweit in Ordnung. So, hier in den News sieht man, Telemont unterschreibt beim VfB Stuttgart. Ausleihe könnte Theo helfen. So, Transfers News. Ucce möchte nicht nach Mainz 4-0 von Villarreal. Da könnte man doch mal gucken. Ich weiß ja nicht, wie man das hier gucken kann. Auf der Transferliste. Ich weiß ja nicht, ob man das hier nach freien Spielern gucken kann, überhaupt. Weil es wäre schön, wenn man das hier sehen könnte. Läuft in 6 Monaten aus. Läuft in 6 Monaten aus. Also da haben wir schon ein paar, Deren Verträge auslaufen. Falls sich jemand von euch da besser auskennt, welche Verträge auslaufen, ab damit in die Kommentare. Denn es wird für uns ganz interessant sein, wem wir denn holen können. Ucce, da hat man ja gesehen. Das könnte theoretisch auslaufen, aber ich weiß, dass es von einem ausläuft. Nämlich dem ehemaligen Ex-VfBler, nämlich Sami Khedira. Dort läuft nämlich der Vertrag aus. 180.000 ist natürlich sehr hohe Forderung, aber müsste man eigentlich, nee, leider nicht, nicht stemmen können. Müssen wir jetzt mal gleich gucken, vielleicht, ob wir den einen oder anderen Abgang kriegen. Weil ich würde ihn mir gerne holen für die kommende Saison. Sofern wir hier beim VfB bleiben, ich weiß ja nicht, man kann ja immer noch gefeuert werden. An vor 2 Millionen, na, okay. Ist in Ordnung. Oh, na. So. Dann auf Kostic gehen zu Werder Bremen. In der Realität könnten die sich ihn überhaupt nicht leisten. Und Ryan Gold ist da. Soll auf jeden Fall neben Maxim und die Davi dafür sorgen, dass in der Offensive alles reibungslos abläuft. Mit einer 66. Ist zwar nicht gerade ein Top-Wert, aber ich denke, der kann sich wirklich noch gut entwickeln. Ist ja noch wirklich sehr jung. So, dann gehen wir hier noch voran. 220.000 werden sie machen. Nathan Ecke 3,4 Millionen. So, dann gucken wir mal. Nationaltrainer auf Hertha. Also jetzt wird's top. Also jetzt so langsam wird's richtig gut. Wir hatten ja jetzt zuletzt die Schweiz. Dann die Helfenbeinküste. Jetzt Portugal. Also so langsam wird's. Da zögern wir auch noch. Aber Portugal würde ich schon nehmen. So Cristiano Ronaldo zu steuern. Und die ganzen anderen Portugiesen. So, wo gucken wir denn jetzt als nächstes? Spanien. Nachdem er in Polen nix gefunden hat. Schock. Transfer-Anfrage von Tratt. Möchte er den Verein verlassen? Das hatten wir ja bei uns während der Sommerpause ja mit Ulreich. Da würde ich auch mal gerne gucken. Den hat's ja nach Dortmund verschlagen. Da kann man ja in den Statistiken gut sehen, wie oft er zum Einsatz kam. Nicht in dem, sondern hier Team-Statistik. Das war ja, glaube ich, Wolfsburg, wo er hin ist. Hatte acht Einsätze. Okay. Geht. Viermal ohne Gegentor. Aber wir haben ja einen Skuffel, den wirklich guten Mann. So, dann gucken wir mal. Einige Spielerabschlussberichte. Spieler verkauft. Da gucken wir jetzt einfach mal ganz genau drauf. Spieler verkauft. Kostetsch bekommen wir nochmal zwei Millionen. Sturgeon ist abgeschlossen. Naja, hat nicht die Werte. Carlos Manet, der inzwischen bei Newcastle aktiv ist. Boah, wow. Tolle Werte. Ist uns einer durch die Latten gegangen. Und Dennis Breit oder Breit oder wie auch immer. Hat auch recht ordentliche Werte. Ganze Saisonleihe. Gucken wir mal. Dann haben wir nämlich bald alle Wunschvorschläge von euch hier in den Verein bekommen. So, ich möchte nicht so weit vor. Damit ich noch ein paar Tab, nämlich für den Freitag. So, Niederlande. Abspeichern. Nein, danke. So, der nächste Spieler wurde verkauft. Das müsste der gute Yalzin sein. Also alles Gute. So, der Kader lichtet sich ein wenig. Und hier sollte man trotzdem noch gucken. So, er soll auf jeden Fall gehen. Ob sich da ein Verein findet? Ich hoffe es doch. So, Rausch. Kann ruhig auch mal auf die Transferliste. So, da unten. Denke ich mal, bleibt es auch erstmal so. Außer, dass hier Gincheck noch gehen darf. Transferangebot abgelehnt. Der Spieler ist zu wertvoll. So, das ist ein bisschen zu heikel, das Angebot. Ein bisschen zu viel auch. Weil wir ja gesehen haben, dass wir Kedira auch Ablöse freikriegen können. So, Erfolgreiche. Das haben wir ja alles gesehen. Wo ist er denn? Hier dreht. Einfach nächster Versuch. Ganze Saison. Künftige Ablöse. 15 Millionen. Wenn das denn funktioniert. Dann gehen wir hier fort zum 26. Das ist mein Geburtstag. Das wäre dann mein 24. Und hier muss Horn Köln verlassen wahrscheinlich. Schlimm verkauft von Horn zu. Es wird die Frage sein, wohin er denn geht. Und Reus verlässt hier Borussia Dortmund für 46,5 Millionen. Heute morgens hat ein stolzer Manuel Pellegrini neben einem strahlenden Marco Reus vor der Weltmeister als der Flügel-Mettelfeldspieler seinen 46,5 Millionen Wechsel von Borussia Dortmund unterzeichnete. Pellegrini, der Trainer von Manchester City. Okay, also Reus nicht mehr in der Bundesliga. So, Saar soll nochmal ausgeliehen werden. Wir hatten ihn ja fest ausgeliehen, aber dann wieder die Laie abgebrochen. So, Laie mit Kaufoption wollen sie ablehnen, möchten ihn momentan nicht ausleihen. So, nächster Versuch. Aktuell ist aus Belgien, sechs Spieler. Ist aber auch nichts weiteres dabei. Ich hoffe, wir kriegen noch Nachrichten zu den Spielern, die wir abgeben wollen. Sonst muss ich einfach mal gucken, ob es jetzt noch Spieler gibt, die ich jetzt gerne holen möchte und die dann am besten verknüpfe. So, dann gucken wir mal. Schicker Baller. Julian Schieber, da wissen wir den Wert nicht. Mal eine Anfrage. Laie wäre auch eine Möglichkeit. Wir müssen einfach sehen, ob da jetzt noch was für uns dabei ist oder eher nicht dabei. Ghetto, Slimani, Chikaui ist eigentlich auch ein recht ordentlicher Mann. Mitrovic wäre natürlich überragend, aber ihr habt es gesehen, die fordern so viel Geld für ihn. Brace White geht eigentlich auch noch. So, 0 Euro ist ein bisschen wenig. Guck mal mal 10% und 5 Millionen. Goss Barclay. Immer noch FC Everton. Kachraba. Mohamed Salah. Der wäre natürlich optimal. Da würde ich es gerne mal versuchen. Aber wir wissen ja, dass halt Chelsea nicht gerade kleinlich ist, was der Verkauf von Spielern anbelangt. So, 3,7 Millionen und wir bieten einfach mal 5,5 noch oben drauf. So, einfach mal versuchen. Begoly. Das ist eigentlich an sich auch ein wirklich guter Mann für die rechte Seite. Khedira. So, versuchen wir es mal mit 100.000 essentieller Stammspieler. Dann gucken wir mal, ob er denn kommen möchte. Ansonsten denke ich mal, braucht man da nicht wirklich zu gucken. Chilison wäre vielleicht noch mal einer. Und da könnte man noch irgendeinen Spieler hinschicken. Ich versuche es einfach mal mit Adam Luszek. Ich weiß zwar nicht, wie viel er wäre es ist, aber man kann es ja versuchen. So, man zieht es teilweise inkakzeptabel. 12,5 Millionen für Julian Schieber. Die Höhe des Angebotes noch nicht angemessen. So, Gimpschick bietet man den mal nicht an. Dann versuchen wir es jetzt mal mit Idris Kameni. So, Chilison 5,9 Millionen. Plus Luszek. Versuchen wir mal 5. Leihe mit Kaufoptionen. Die möchten die nicht ausleihen. Bauprämie 20%. Einfach mal versuchen. Und der Display jetzt wurde abgelehnt. So, dann gehen wir dann einen Tag noch vor. Angebot wurde sogar akzeptiert. Okay. Inakzeptabel. 11,4 Millionen. So, er wurde akzeptiert. 60.003 Jahre. Nehmen wir mal mit. Angebot hier abgelehnt. Und dann sind wir schon an dem Tag. Dann würde ich mal sagen, schließe ich die Folge hier. Wir haben in der Folge jetzt keinen Spieler dazu bekommen. Aber es sind in aussichtsreichen Verhandlungen teilweise mit den Spielern, die wir vielleicht noch haben wollen. Und dann würde ich mal sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen. Und wie es aussieht und wie es weitergeht jetzt mit dem letzten Part hier. Mit der Winterpause. Seht ihr dann bei eurem Sings Mido. Morgen am Freitag. Wünsche euch einen schönen Tag. Macht es gut. Und Servus. Wünsche euch einen schönen Tag.